namaste ich grüße dich und ich umarme dich von meinem herzen alles dient einem höheren zweck und einem höheren bewusstsein und verständnis dem zweck des wachstums und dem zweck der selbsterkenntnis ja ich freue mich dass du noch mal zuhörst ich bin jetzt gerade in dieser energie drin und deswegen werde ich jetzt auch kurz entschlossen noch diesen podcast machen und zwar geht es darum dass alles was du in deinem leben erlebst dir letztendlich dient es dient dem wachstum es dient der entwicklung und es dient der selbsterkenntnis und da komme ich so auf ein beispiel und zwar so das beste beispiel ist wenn also zb in einer partnerschaft jemand in einer partnerschaft ist und möchte sich eigentlich aus dieser partnerschaft lösen und kann es nicht findet einfach keinen weg keinen mut warum auch immer aus vielen verschiedenen gründen und geht innerhalb dieser partnerschaft immer wieder eine schleife immer wieder noch eine schleife oder noch eine schleife oder jemand ist wirklich mit dunklen energien befasst und kann sich von diesen nicht lösen und geht halt immer wieder noch mal einen umweg und noch mal einen umweg anstatt gerade heraus diesen weg aus der rauslösung und erlösung dieses zustandes ja da gibt es also viele viele beispiele das beste beispiel ist wirklich so ein thema partnerschaft oder das beste beispiel ist sich zu lösen von dem thema mangel an finanzen und geld oder auch ein sehr gutes beispiel dass menschen halt in einer beruflichen situation bleiben in der sie sehr sehr unglücklich sind und sich daraus nicht lösen können und es geht darum zu verstehen aus einer höheren ebene aus einem höheren verständnis zuerst einmal dass all das die diese dauerschleifen die ein mensch dann geht ja in seinem lernprozess dem menschen dient all diese erfahrungen dienen dem menschen und ich weiß selbst dass ich schon gehört habe also auch von einem familienmitglied als ich mit sehr viel mitgefühl darauf eingegangen bin auf die situationen auf den schmerz denn natürlich rede ich auch um schmerzen natürlich geht es zum beispiel auch um das thema gesundheit oder krankheit ja wenn man also immer wieder an eine krankheit kommt wenn man also immer wieder zurück geht in diese krankheit diese immer wieder hervorkommt und diese für sich auf einer seelisch körperlichen mentalen und emotionalen ebene nicht lösen kann es sind immer unsere eigenen energien und es sind die energien die wir selbst produzieren ja es sind die energien immer wieder von mangel und falschen überzeugungen die wir selbst in unserem energiefeld immer wieder produzieren und sie dienen uns so lange ja zum beispiel auch finanzieller mangel ja sie dienen uns so lange bis wir diese negativen destruktiven energien in unserem bewusstsein lösen können und auflösen können und jetzt komme ich noch mal zurück darauf dass zum beispiel ich dann gehört habe ja du hast ja gar kein mitgefühl das wurde mir mal so in einem familienthema vorgeworfen ja du hast ja gar kein mitgefühl und ich leide jetzt gerade und genau dann ist man natürlich im schmerz im schmerz körper und da ist viel mitgefühl viel liebe viel verständnis ganz ganz wichtig für diesen anderen menschen ja viel achtsamkeit viel annahme um aber zu verstehen später dann was das eigentlich mit mir mit mir menschen mit meinem bewusstsein gemacht hat hast du vielleicht schon die erfahrung gemacht dass du etwas ganz falsch gemacht hast ja oder ganz es gibt ja kein falsch etwas nicht schönes ja zum beispiel eine krankheit zum beispiel krebs ja oder du warst eben in einer partnerschaft aus der du dich lange nicht lösen konntest und dann hast du es geschafft dich endlich zu lösen oder du hast endlich es geschafft diese krankheit anzunehmen und zu erlösen und gesund zu werden und das ist dieser bewusstseinsprozess dieser sprung in eine neue bewusstseinsebene eine neue dimension denn am ende hat es immer immer etwas positives für dich gebracht oder für den menschen gebracht und es bedeutet dass alles was wir in unserem leben erfahren an destruktivität so möchte ich es mal nennen ein dienst ist unserer eigenen energie für unseren eigenen wachstum und ich spreche natürlich vollkommen aus erfahrung ich hatte so viel existenzängste in meinem leben und diese haben mich immer wieder getriggert und sie haben so lange mich getriggert und mir gedient aus meinem eigenen energiefeld heraus bis ich diese existenzängste lösen konnte und gelöst habe und es dauerte nach meinem empfinden wirklich lange und so ist dieses verständnis davon dass alles was in unserem leben sich sichtbar zeigt und sich destruktiv anfühlt ein dienst unserer eigenen energien für uns selbst um zu wachsen um ein erhöhtes selbstbewusstsein zu entwickeln um ein höhere eine höhere sichtweise ein höheres bewusstsein einen erkenntnisprozess einzuleiten zu mir selbst einen selbsterkenntnisprozess wer bin ich was denke ich wie fühle ich dieser selbsterkenntnisprozess ist eigentlich das ziel das ziel unseres lebens hier auf der erde sich selbst zu erkennen und so also abschließend ist da all das all das dient uns und so kann man das auch auf der kollektiven ebene sehen all das was wir gerade erleben dient uns uns zu erkennen wer wir wirklich sind wer wir wirklich sind ein freies ein freies licht wesen göttliches wesen wesen des lichtes der liebe und des göttlichen bewusstseins ja in diesem sinne ganz lieben dank noch mal und ich danke dir auch für dein dasein messi